Sie haben ihren Dienst heute quasi offiziell begonnen, denn die sieben Welpen vom Militärhundezentrum in Kaisersteinbruch haben die Dienstmarke von ihrem obersten Chef bekommen. Ende April sind die kleinen Rottweiler auf die Welt gekommen. Bei der Hundetaufe waren heute auch weitere prominente Paten mit dabei. Die kleinen Rottweiler-Welpen wurden auf die Namen Britt, Brutus, Buma, Baron, Bonnie, Blue und Bella getauft. Übrigens, Verteidigungsminister Hans-Peter Doskozil hat die Patenschaft für Bella übernommen.